so die letzten drei endlich nach langem suchten und schwitzen auf die kisten der final countdown es ist für eine Töne get it and bring um um wut 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 Geil, Alter. Da kaufst du nur ne Palmen, die Edeln. Unter Palmen aus Plastik. Ihr könnt dann eigentlich gleich ein Moopack. Wenn wir das abgeliefert haben, können wir gleich unten im Lager wären. Oh je, okay. Ich hab drüber nachgedacht, aber es hat geregnet. Jemand. Meters. Hier sind die Gegner. Ja genau, sowas war das. Ja man, das sieht so komisch aus. Okay. Okay. So. Endlich. Endlich sind wir fertig. Full House hier. Ja man, Full House. Jetzt mach ich erst mal nen Rundgang. So lass mal so nen CV hier mitnehmen. Warte, liefern wir jetzt alle, Alter. Ich mach jetzt mal nen Rundgang. Fette Beute. Okay, da oben. Kunstwerke. Ja man, Alter. Ich glaub ich wollte nen Lkw kill dich und räum nen Lager leer. So. Mach sogar Silberbacher. Hier so. So. 5,9 Gesamtverdienst bis jetzt. Okay. Ja gut, dann verkaufen wir die Wahl, würde ich mal sagen. Alter, jetzt kommt der große Moment. So. Oh je. Okay. Our Buyer's jumpy, but he's got the money. Ja man, aber so wie's aussieht. Nee, aber so wie's aussieht. Nee, nee. Also bei mir zeigt's ein, ja das ist Titan. 100 Pro. Ja auch. Nee, das geht's. Ja man. Mach der Lande nicht direkt davor. Oder egal, komm, pass, pass. Ich muss mich umdrehen, wasch. So hab ich 10.000 bekommen. Ach, was geht. Der Gehalt. Chillig. Das ist groß hier, das Teil nicht mehr war's. Zahn ist schon heftig. Ja, schlusslich. Ist drin, oder? Ist so krank ein Ego hier drin. Das ist ein Panzer, Alter. Der Panzer unter dem Punkt, ja. Störsender. Oh je, das ist diese ekle Ego. Müsste ganz, ganz weit unten fliegen. Ja, das ist schon machbar. Ja, das ist schon machbar. Ich kann ja auch einmal anrufen. Müsste in normaler Weise nicht so schwer sein. Müsste halt... Wir machen ja dein Fahrzeug, da geht es ja. Ich kann ja nicht so weit unten nicht, dass du ihn irgendwo hängen löscht, das Riesen-Drecksfeld. Aber normalerweise kommen gar keine feindlichen Hubschau oder so. Was hier ist, du zurück auf den Störfern, dann nützt eben Rakettpunkten. So, so, so. So, das ist das Padre. Jetzt ist wie FAFFOR denn es weiß erster ich verurscht? das war schon zuletzt da wahrscheinlich danach wenn wir das aufgeliefert haben dann dann gibt es noch sind hallo 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 wir denken das ist der mother fucker ja ich komme jetzt bei euch Wir sind gerade am liefern, ja, nur noch Korpsabschütteln, dann haben wir es fertig. Hey, how can I help? So, you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Okay, ich lande jetzt trotzdem. Was habt ihr bekommen? Den K? Lauber? Ja, ist ja nichts. Sehr geil. Ich höre, ich versuche unbedingt Raubüberfälle spielen. Ja, man, richtig scheiße. Hätte ich es lieber mit euch gemacht. Der steckt einfach. Ja, ladet mal Dings ein. Wie das hier heißt? Überlebungskampf. Okay. Hier liegt wieder Geld auf dem Boden. Ja, man, sauber. Einen kenne ich einen Glitch, aber ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Das war letztes Jahr. Ja, aber es gab... Runde 10 gekommen und 30.000 bekommen. Ah, ist ja geil. Ich glaube, es geht nicht mehr. Es gab hier, bei den Masken, auch so ein Haus, da konntest du reingehen. Und da warst du im Haus drin, konntest du auch das gleiche raus wollen und ja. Und jetzt hab ich es probiert, wieder, du stirbst einfach. Sobald du reingehst, stirbst du. Echt? Krass. Komm man. Es gibt jetzt die Wichse. Genau, mies. So. Kommen sie, kommen sie! Hallo. Komm, komm. Ich komme. Ich bin kurz in die Büro. Gesamtverdienst 8,2 Milleneralter. So. Vielen Dank.